Herr Moosbrugge, Sie sind als Bürgermeister von Bietzau verantwortlicher Projektträger für das Projekt Barfußweg. Ihre Meinung war in der Versammlung der lokalen Aktionsgruppen immer sehr gefragt und geschätzt. Eignet sich die Organisationsstruktur dieser lokalen Aktionsgruppen, um Entscheidungen und regionale Entwicklungsarbeit voranzubringen? Ja, ob jetzt meine Meinung da entscheidend war oder ob sie, ja, ich fühlte mich immer wohl in dieser lokalen Aktionsgruppe. Und es war toll, dort mitzuarbeiten, einfach innovative Projekte, Ideen, kreatives Denken mitzubegleiten und einfach mitzutun, mitzuhören auch. Das ist ja gegenseitig etwas. Das ist ja nicht, dass man nur etwas einbringt, sondern man nimmt dann auch etwas mit. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von Geben und Nehmen war eigentlich das Befruchtende. Und nicht nur hinzuhören und dann zu denken, man kann irgendetwas kopieren, sondern Ideen mitzunehmen, diese zu entwickeln und für den lokalen Bedarf anzupassen. Das ist eigentlich das Wichtige, dass man sich gegenseitig in Ideen unterstützt und nicht gegenseitig in Ideen konkurrenziert. Das wäre der falsche Weg. Und ja, daher schaue ich diese lokalen Aktionsgruppen, diese Förderungsmöglichkeiten mit EU-Geld, mit nationalem Geld und eigenem Geld als ganz ideal an, weil man gegenseitig Verantwortung trägt in dem, was man tut. Und das scheint mir das Erfolgsrezept eigentlich zu sein, nicht nur eigene Ideen unabhängig von anderen durchpressen zu wollen oder durchsetzen zu wollen, sondern in der Gemeinschaft zu Ideenentwicklungen kommen. Den Liederansatz, die Bevölkerung einzubeziehen, halten Sie also für sinnvoll? Ja, den halte ich für wesentlich sinnvoller, wie den umgekehrten Weg, nämlich von oben herab Dinge zu tun. Es ist gut, jene Leute mit ins Boot zu nehmen, in die Entscheidungen einzubinden, die tatsächlich auch Ideen haben und diese Ideen auch einbringen wollen. Davon gibt es genug Leute. Man soll sich nicht tauschen, wie viele Ideen es gibt und wie viele gute Mitarbeiter es eigentlich gibt, wenn man sie mittun lässt. Man braucht eine Kultur des Miteinanders. Wenn zu viel auch von Kultur gesprochen wird, ich glaube, es ist eigentlich die Kultur des Umgangs miteinander wichtig. Und das gilt es auch zu fördern. Und fördern kann man es in dem, dass man akzeptiert und nicht so sehr auf irgendwelche Parteienzugehörigkeiten oder ähnliche Dinge schaut, sondern es soll wirklich jeder mit dem anderen tun, egal ob er jetzt dem Tourismus angehört, der Landwirtschaft angehört oder sonst in einer Dienstleistung ist. Das müssen wir wieder stärken. Wir brauchen einander zu sehr, als dass wieder jeder als Einzelkämpfer auftritt. Es muss die Mannschaft komplett sein. Und ich sage dann immer wieder, wir brauchen viele Mitspieler. Schiedsrichter haben wir genug, aber es geht uns um die Spieler. Wie kann man dieses Miteinander am besten fördern? Indem, dass man es tut vor allem. Indem, dass man Projekte zunächst einmal bekannt macht. Es ist ein langer Weg. Man soll sich nicht täuschen, wie lange Projektsentwicklungen manchmal auch brauchen. Aber es soll eigentlich auch nicht die Zeit sein, die dann drängt und die entscheidet, ob man etwas tut oder nicht. Sondern man muss Leute dazu motivieren, man muss sie dazu einladen. Und man kann sie nicht zwingen, aber freiwillig einladen, mitzutun. Und das braucht eine Umgangskultur. Und die kann man nicht von heute auf morgen bestellen. Sondern das ist etwas, das man fördern muss. Und wir in unserer Region, Prinswald, sind es gewohnt, vor allem in der Landwirtschaft. Und ich komme ja auch aus der Landwirtschaft. Ich betreibe auch selbst eine Landwirtschaft. Wir müssen viele Dinge genossenschaftlich organisieren. Also man ist es noch gewöhnt, miteinander zu reden und miteinander Dinge auszumachen. Und ist nicht so sehr der Eigenständige, der auf niemanden angewiesen ist. Und das erleichtert natürlich das Ganze. Also man lebt nicht so in der Anonymität, sondern man lebt schon in der Kooperation. Und da denke ich, ist es auch leichter, die Dinge von unten nach oben wachsen zu lassen. Da ist wohl auch das Zuhören wichtig. Das ist generell wichtig. Zuhören ist eine Gabe, die man einfach auch braucht. Und ich bin ja auch Politiker. Und ich habe auch gleich festgestellt, dass das das Allerwichtigste ist. Vor allem auch in einem kleinen Dorf. Man soll nicht sofort seine Meinung überall und seinen Senf überall dazugeben. Sondern mal zuhören. Was haben eigentlich andere zu einem Thema zu sagen? Und erst wenn man dann der Meinung ist, dass das entwickelt sich irgendwo hin, wo es unkontrollierbar wird, dann soll man eingreifen. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass man nur so arbeiten kann. Man muss auch Themen vorgeben und dann zuhören, was man dazu sagt. Und nicht Themen vorgeben und sagen, das wird so umgesetzt, ohne Rücksicht auf welche Zustimmung, sondern dann schürt man die Unzufriedenheit. Und was wir natürlich brauchen, ist die Zufriedenheit. Und das, bin ich der Meinung, schafft man, indem man eben, wie Sie sagen, auch zuhört und heraushört und hinhört. Genauso wie man auch hinschauen muss. Und diese Kombination ist einfach wichtig, um Projekte zu gestalten und umzusetzen, die letztendlich dann auch angenommen werden.